Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Lange haben sie geschwiegen, aber jetzt sind sie wieder da, die drei Jungs von der Tankstelle, die drei Supernasen. Me, Myself and I, der Ruben, ich stelle mich mal als allererstes vor und im fernen Ulm, weil der... Felix, servus. Yeah, auch wieder da und aus der Nähe von Lanz, der Basti, servus. Servus, schön wieder mit euch aufzunehmen endlich. Ja, ihr seht schon oder ihr hört schon, beziehungsweise, dass wir uns diesmal nicht im Studio befinden. Nein, die moderne Technik und eine tolle Software namens Studio Link macht es möglich. Jeder sitzt zu Hause im heimischen Zimmerchen und wir verbinden uns und nehmen so für euch auf, weil es war heute Blitzeis und ich habe den Jungs gesagt, hey, bitte fahrt nicht hierher, es ist einfach sowas von glatt. Bin dann selber beim Gassigehen noch ausgerutscht. Ein Wahnsinn. Naja, ich sag's gleich. Es ist eine Katastrophe in Bayern. Ja, das ist wirklich, also es ist, naja, es sind wirklich schon, the end is near, sag ich mal. Ich bin in dystopischer Stimmung. Jeden Morgen wacht man auf, muss sich den Wahnsinn von Donald Trump durchlesen, denkt sich, was ist denn eigentlich in dieser Scheißwelt los? Und ich weiß nicht. Dann kommt auch noch Blitzeis, ey. Dann kommt auch noch Blitzeis und jetzt wird noch das Benzin teurer und was, ey. Ich bin echt mal einfach scheiße drauf, muss ich. Ich sag's gleich vorab. Das heißt, es wurde bestimmt durch eine Twitter-Nachricht von Trump ausgelöst. Trump ist doch völlig wahnsinnig geworden, wirklich, ey. Dann wollen wir dir ja heute mal den Abend versüßen, Robben. Auf jeden Fall. Also wenn das jemand schaffen kann, dann seid es ihr, dass das passiert, ey. Vielleicht auch der Whisky, der vorhin steht. Genau, ich wollte es gerade sagen, ich habe es den Jungs schon gesagt, ich habe so krasses Kopfweh. Mein Schädel, der fühlt sich einfach an, als wird so ein Vorschlaghammer drauf einhämmern. Deswegen muss ich hier mal einen Whisky auspacken hier. Und zwar der gute The McAllen Amber. Jawohl. Also ich als Apotheker... Auch irgendwie eine gute Kontra. Also ich als Apotheker muss dir da eigentlich von Whisky abraten. Wieso? Ich finde es schon auch eine witzige Idee, das als Kontra zu nehmen für gegen Kopfschmerzen. Da gibt es andere Möglichkeiten, Ruben. Ja, das glaube ich dir. Oh, und Felix, ich war eh ganz stolz. Die Hörer wissen es ja vielleicht, ist auch egal, über was reden wir eigentlich, aber egal. Ich werde ja relativ oft, werde ich krank, aber jetzt habe ich, was heißt relativ oft, aber schon ab und zu. Jetzt habe ich es zum ersten Mal geschafft, die Krankheit im Keim zu ersticken, indem ich von Anfang an Medikamente genommen habe. Das war geil. Ich musste kein Antibiotikum nehmen. Es war Wahnsinn. Es war eine völlig neue Welt für mich. Weißt du, ich hatte so Nasennebenhüllen und Stirnhüllen alles zu. Und normalerweise ist es dann eigentlich so, dass ich dann bis drei zählen kann, dann muss ich Antibiotikum nehmen und diesmal nicht. Okay, ich sehe schon, das impressed euch. Frühzeitig beim Arzt, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe mir, wie hieß denn das, wieder vergessen, ich darf wahrscheinlich eh keine Werbung machen, wenn du als Apotheker hier mit dabei bist. Aber sowas wie Aspirin-Komplex oder was weiß ich, na, egal. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall, also heute ist die Folge Nummer 125 am 30. Januar 2017. Und was haben wir mit euch vor? Wir wollen ganz kurz über ein Buch reden, was wir geschickt bekommen haben. Und dann wollen wir erstmal darauf eingehen, warum es so still geworden ist in unserem Podcast und wie es weitergeht. Offenes Ende, Foreshadowing. Und dann noch so ein paar andere Themen rund um den FC Bayern durchgehen. Aber Jungs, ey, ich bin ja ausgeschieden und deswegen müsst ihr das erzählen, wie schaut es eigentlich aus im Tippspiel? Ich trinke jetzt Whisky. Ja, ich habe schon prophezeit oben, dass du da wieder mal nicht durchziehst. Du hast noch so mutig gesagt, nein, nein, du wirst es tun. Und jetzt, was ist passiert? Wo hast du aufgehört zu tippen? Hier oben, Platz 77 bist du. Nicht letzter auf jeden Fall. Andere haben es dir gleich getan mit 64 Punkten. Aber ich muss sagen, ich bin nicht viel besser, obwohl ich mich so angestrengt habe und weitergetippt habe. Naja, du bist auf Platz 45 und ich bin nur ein paar Punkte davor auf Platz 31 und vorne zieht einsam der Frank seine Kreise. Ich weiß nicht, ob es Frank Ribéry vielleicht ist, aber er ist auf jeden Fall, hat er schon 18 Punkte vor dem zweiten Vorsprung. Und ich habe noch schon 49 Punkte Vorsprung. Also wenn er jetzt einfach nicht mehr tippen würde, bis zum Saisonende würde ich ihn vielleicht noch erwischen. Aber wahrscheinlich ist es echter Frank, weil er hat jetzt auf der Bank dann ab und zu mal mehr Zeit. Der tippt dann an so einem Handy. Ja, und unter Carlo ist es ja auch erlaubt, auf der Bank am Handy rumzuspielen und verborgen. Das ist echt cool. Wahrscheinlich, oder auch während er dann hier mit seinem Kumpel Alaba mit irgendeiner Hip-Hop-Gang irgendwie auf der Bühne gestanden ist oder in St. Moritz bei irgendeinem Skirennen an der Kandahar zugeschaut hat oder so. Oder in London bei NBA zugeschaut hat. Ja, genau. Da hat er einfach Zeit. Da hat er einfach Zeit. Die konzentrieren sich einfach richtig nur auf Fußball. Ja, aber das ist halt gut. Da merkt man, er kennt sich wenigstens aus. Du musst den Spiel in den Freiraum lassen, damit sie sich entfalten können. Wie Franck Ribery sich entfaltet, das möchte ich lieber gar nicht sehen. Da kommen dann nur minderjährige Prostituierte ins Spiel. Da passt er Alaba schon auf. Die Alaba sind ausgepackt. Okay. Ey Jungs, lasst uns erstmal mit den positiven Sachen in dieser Sendung anfangen. Wie gesagt, wir haben zugeschickt bekommen von einem Verlag ein tolles Buch, das da heißt Thomas Müller, das Phänomen. Die Zeit hat das Ganze vielleicht ein bisschen eingeholt, aber wir wollen eine kleine schlechte Phase, soll das Ganze nicht schmälern. Und zwar ist es ein wunderbares Buch von Jörg Heinrich. Das haben wir zugeschickt bekommen. Ich habe es schon gelesen. Es ist wirklich total genial. Bringt einem den Menschen Thomas Müller näher in vielen verschiedenen Geschichten. Und warum wir es zugeschickt haben. Steht da auch drin, warum er gerade so schlecht ist. Nee, das endet dann eigentlich schon davor. Schade. Und warum wir es zugeschickt bekommen haben überhaupt, ist, weil der gute Steffen Niemeyer, der Sniem, der uns ja unterstützt hat bei all unseren Projekten, da drin interviewt wird. Und vor seinem Interview ist tatsächlich eine Passage über uns drin. Und die würde ich mal kurz vorlesen. Genau, ist überaus lesenswert. Genau wie übrigens das großartige Internetprojekt einer Chronik der ersten 25 Jahre Vereinsgeschichte des FC Bayern, für das Steffen die PR-Arbeit unterstützte. Die Chronik 25 Jahre FC Bayern im Internet basiert auf der Festschrift 25 Jahre Bayern München e.V. 1900 bis 1925. Die wiederum stammt aus dem Besitz des ehemaligen Bayern-Spielers Harry Engel, der zwischen 1913 und 1919 von dem Klub spielte. Sie erschien zum damaligen 25. Geburtstag des FC Bayern. Die Macher des Bayern-Podcast-Erfolgsfans haben die Chronik digitalisiert, als Wiki fürs Internet zugänglich gemacht und damit erstmals in der breiten Masse zugänglich gebracht. Dort steht sie als E-Book zur Verfügung und wird wiederum um eigene Inhalte ergänzt. Selbst der FC Bayern wurde auf das Projekt aufmerksam, dass die ehemalige Festschrift in einer weiteren Ausgabe seit längerem relativ unbeachtet in der Erlebniswelt der Allianz-Arena ausgestellt ist. Für alle Fans, für die die Historie ihres Vereins weit vor Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger oder Thomas Müller beginnt, ist diese Chronik ein absoluter Leckerbissen. Yeah. Das ist cool. Wir werden jetzt schon in Büchern erwähnt. Das ist doch was, oder? Ja, sehr schön. Wenn die Aliens irgendwann mal kommen und uns ausgraben, so ein paar tausend Jahren und dann machen sie so eine Recherche bei Google und finden sie uns vielleicht. So weit haben wir es gebracht. Ja, das ist. So weit in Büchern. Ja, das ist. Wir sind am Ziel. Mit unserem neumodischen Zeug hier aus dem Internet. Back to the roots. Ja, so ist die Luft hier oben. Genau. Und weil wir euch das Buch natürlich weitergeben wollen, dürfen wir auch drei Exemplare von diesem Buch verlosen. Und ich lese nochmal kurz vor, was es in dem Buch geht. Thomas Müller ist Weltklasse. Als Fußballer, als bayerischer Sympathieträger, als Schlitzer und als gewitzter Interviewpartner. Deutschlands vielleicht beliebtester Kicker wird in diesem Buch ausführlich porträtiert. Mit Fakten, Geschichten, mit Glossen und Analysen, mit Interviews und Hintergrundberichten. Und deshalb, weil wir die Erfolgsfans sind und wir Fame haben jetzt und wahnsinnig viel Kohle, hauen wir drei Exemplare von diesem Buch raus. Und wir machen so, ja. Haben wir auch eine mega schwere Gewinnspielfrage, so wie, welche Nummer hat Thomas Müller? Ich würde es wirklich, weißt du, so wenig Hürden wie möglich. Einfach raus. Oder hast du eine Gewinnspielfrage? Tja, welche Nummer hat Thomas Müller? Die drei, die es richtig haben, nie gewinnen das Buch. Der Meister hat gesprochen. Ihr schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff Thomas Müller und eurer Antwort auf die Frage, welche Rückennummer hat Thomas Müller beim FC Bayern an podcast.erfolgsfans.com. Ich wiederhole, ihr schickt eine E-Mail mit dem Kennwort Thomas Müller und eurer Antwort auf die Frage, welche Rückennummer hat Thomas Müller beim FC Bayern an podcast.erfolgsfans.com und schreibt bitte noch eure Adresse mit rein, dann schicken wir euch eins dieser Exemplare zu. Ja, das war es. Kurz und knapp. Also vielen Dank für das Buch und wir sind gespannt, wie viele Leute sich melden und werden euch dann benachrichtigen und euch das zuschicken. Alle anderen einfach bei Amazon oder einem Buchhändler eures Vertrauens, vielleicht der Kleine um die Ecke mal nach Thomas Müller, das Phänomen, Fragen und Schauen von Jörg Heinrich. Okay, Jungs, lasst uns ans Eingemachte gehen, oder? Wir haben jetzt seit 23. November 2016, also jetzt weit über, das heißt weit über ein bisschen über zwei Monate keine Folge mehr aufgenommen. Den Aufmerksamen unter euch, die uns abonniert haben, wird das vielleicht aufgefallen sein. Mit manchen Leuten ist es schon langweilig geworden, die haben uns sogar geschrieben. Stimmt, hier der Basti hat mir auch erzählt, hier der eine Typ hat geschrieben, er hatte gehofft, dass das Christkind eine Folge Erfolgsfans unter den Weihnachtsbaum legt und sowas. Ja. Das ist eine schöne E-Mail, da schämt man sich gleich, dass man so lange nicht aufgenommen hat. Scham, Scham, weiß ich nicht, du hast schon recht. Wir können nicht jeden glücklich machen. Nee, wir können nicht jeden glücklich machen, das stimmt. Um es vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, bevor wir sagen, warum das so ist, würde ich einfach sagen, oder haben wir auch besprochen schon vorher, dass wir einfach mit dem Podcast etwas kürzer treten werden. Wir werden das Ganze nicht beenden, aber wir werden es einfach nicht mehr schaffen, so regelmäßig zu senden und was aufzunehmen. Weil wenn wir es machen wollen, wollen wir es mit vollem Herzen machen und wir wollen es dann auch in einer guten Qualität machen. Das heißt, wir müssen für uns einfach den Druck rausnehmen und gucken, wann wir mal wieder zusammenkommen, wann wir eine Stadionfolge machen und wie es weitergeht. Es kann auch sein, dass wir nur noch ein, zwei Folgen dieses Jahr aufnehmen, vielleicht werden es mehr. Wir können es und möchten es einfach nicht genau sagen. Und warum das so ist, das würde ich sagen, werden wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen darzustellen, weil wir machen das Ganze ja für euch und zu euch wollen wir natürlich immer maximal ehrlich und transparent sein, warum das so ist. Und ja, darüber wollte ich jetzt mit euch reden, Jungs. Ich weiß nicht, ich will nicht so viel reden. Wenn ich jetzt anfange, vielleicht mag einer von euch mal so eine Einleitung machen, wie sich das Ganze bei euch so darstellt gerade und warum wir einfach ja gerade nicht so viel dazu kommen. Ja, also es hat glaube ich viele verschiedene Gründe. Für mich ist es ja einmal so, das habe ich glaube schon erzählt damals in der letzten Folge, dass es halt eine berufliche Veränderung gab, dass ich da jetzt mehr eingespannt bin, sage ich mal. Und erschwerend hinzu kommt eben, dass ich, wie soll ich sagen, schon in der letzten Rückrunde unter Pep irgendwie mir eigentlich nur noch die wichtigsten Spiele, das heißt Champions-League-Spiele angeschaut habe. Bundesliga war mir also ja mehr oder weniger wurscht, weil es war einfach dieses Ballbesitz um den Strafraum rum Handballspiel, was mich zu Tode gelangweilt hat. Und Bundesliga hat man eh mehr oder minder großen Vorsprung immer gehabt und dann war es eh scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Wenn man schlecht gespielt hat, hat man vielleicht mal unentschieden gespielt, ansonsten hat man irgendwie gewonnen. Und da habe ich schon nicht mehr viele Bundesliga-Spiele in der Rückrunde geschaut. Wie gesagt, Champions-League und so wichtige Spiele schon noch. Und dann habe ich ja damals auch gesagt, dass ich mich freue, dass jetzt Ancelotti kommt. Und dann habe ich auch gedacht, dadurch, ja, entfacht ist nochmal das Feuer neu, keine Ahnung. Und ja, es hat sich aber irgendwie nicht so ergeben. Ich habe jetzt, gut, ich habe jetzt auch irgendwie weniger Zeit. Am Wochenende komme ich oft nicht dazu, mir das Spiel live anzuschauen. Dann aufnehmen und später anschauen mache ich auch nicht, weil dann ist die Spannung auch schon raus, wenn ich das Ergebnis kenne, dann habe ich keinen Bock drauf. Und ja, wenn mal Spiele unter der Woche sind, dann penne ich schon mal ein. Das Spiel gegen Leipzig, das habe ich schon gesehen. Aber jetzt gegen Freiburg bin ich da wieder irgendwie nach 70 Minuten eingepennt, obwohl es eigentlich schon spannend war. Da stand es ja noch unentschieden. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich beschäftige mich schon noch mit Bayern. Vielleicht nicht mehr so intensiv wie vorher, dass ich jeden Tag jede Schlagzeile lese. Aber ja, ich verfolge es schon noch. Nur eben schaffe ich es nicht mehr, mir jedes Spiel anzuschauen. Mich stört es aber auch nicht stark, wenn ich es nicht schauen kann, was mich früher mega angekotzt hat. Ja, und dann bringt es halt auch wenig, über die Spiele zu reden, wenn man sie nicht gesehen hat. Weil ich kann mir nicht eine Zusammenfassung anschauen und dann irgendwas zum Spiel sagen, weil das ist einfach dann auf ein paar Minuten beschränkt und dann kann jeder eine Zusammenfassung lesen oder sich anschauen, braucht er sich nicht hier unseren Podcast anzuhören. Aber das ist halt auch genau der Punkt, was ich meinte. Die Qualität des Podcasts leidet halt dann darunter und dann dürfen wir es halt einfach nicht mehr machen. Ja, und das hat man ja jetzt in der Hinrunde schon das ein oder andere Mal gemerkt. Das müssen wir ja ehrlich zugeben. Bei mir hat ja auch irgendein Hörer dann mal uns geschrieben oder sogar eine Sprachnachricht geschickt. Und da haben wir ja doch nachher gesagt, ja, eigentlich hat er schon recht. Basti, wie ist es bei dir so, bevor ich jetzt dann hier aushole? Bei mir ist es ja generell so, ich war ja noch nie so der ausgewiesene Experte. Ich habe ja mehr die Stammtisch-Fraktion im Podcast vertreten, der halt mal so einfach wie frei von der Leber ohne fundiertes Wissen seinen Senf dazugegeben hat, der dann auch mehr oder weniger vielleicht richtig war. Also ich habe nie so intensiv jetzt Spiele verfolgt, zum Beispiel seit Jahren, wie es jetzt der Felix oder der Ruben machen. Also ich habe die schon verfolgt, aber ich habe ja, habe nicht immer alles mir live angeschaut, sagen wir es mal so und was bei mir im letzten Jahr dazu geführt hat, dass ich dann noch auch vor allem die letzte Hälfte dann weniger geschaut habe. Ich war viel beschäftigt eine Zeit lang mit so Renovierungsarbeiten und das war vorwiegend am Wochenende. Und dann ist es halt auch so, dass die Anzahl der Spiele, die man sich halt live angeschaut hat, stark abgenommen hat und ja, so generell würde ich aber bei mir nicht sagen, mein Interesse am FC Bayern ist nicht irgendwie gesunken oder so. Ich war ja genauso wie der Felix, habe mich gefreut auf Ancelotti und wie wahrscheinlich die allermeisten Bayern-Fans hat sich halt jetzt im Laufe der Saison eine ziemliche Ernüchterung eingestellt. Ja und dann mal so, bei mir ist halt auch manchmal sind so Phasen drin beruflich, aber das würde ich jetzt gar nicht so vorschieben. Das sind bei mir immer so vielleicht ein, zwei Monate, wenn es mal hektisch wird, wo man sich dann aufgrund von der Arbeit vielleicht weniger mit dem Fußball beschäftigen kann. Ja, komischerweise hat sich bei mir, also keine Ernüchterung bei Ancelotti eingestellt. Gut, ich bin jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, enthusiastisch bei der Sache, aber ich glaube immer noch, oder was heißt, ich glaube noch, das ist einfach nach dem Turnier im Sommer neuer Trainer, ein paar neue Spieler, auch über Phasen wichtige Spieler verletzt. Das ist einfach dann auch nicht so leicht. Er hat kaum Sommervorbereitungen gehabt und ja, im Endeffekt muss man sagen, wir haben trotzdem die Punkte geholt. Klar haben wir dann so Spiele wie gegen Atletico verloren, aber ja, man muss jetzt einfach mal die Rückrunde abwarten, finde ich. Naja, Ruhm. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, es fällt mir tatsächlich auch ein bisschen schwer jetzt so, weil es für mich auf eine Art und auf die andere Art auch schon ziemlich traurig ist so. Also, was ich vorausschicken muss, ist, dass ich halt, wenn wir diesen Podcast machen, finde ich, muss es halt so gut es geht sein. Und man kann etwas nicht perfekt machen oder so gut es geht, wenn das Herz nicht mehr so ganz bei der Sache ist. Und bei mir sind das echt viele Sachen, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, die so extrinsisch und intrinsisch sind. Weil wir machen den Podcast jetzt schon sechs Jahre lang. Wir haben es selbst geschafft, dass der Bruch als Nico weggegangen ist, der einen ähnlichen Prozess durchgemacht hat wie wir, nur schon viel früher, jetzt. Der ist, der bei uns auch angekommen ist und auch über diesen Prozess hinweg und diese Trennung quasi. Ihr seid neu dazugekommen, habt das Ganze total belebt. Wir haben danach wahnsinnige coole Projekte gestartet, haben wir das halt geschafft, diesen Podcast weiterzuführen. Und das ist halt schon krass, weil wenn ich mir jetzt überlege, was ist in der Zeit alles passiert? Ich habe quasi angefangen zu arbeiten, also richtig fest, als wir den Podcast gestartet haben. Ich bin umgezogen, drei Kinder sind auf die Welt gekommen, Schicksalsschläge, meine Mutter ist gestorben und solche Sachen. Das war halt einfach krass, weil der Podcast war halt immer so als Begleiter so dabei. Und deswegen ist es schon irgendwie so ganz komisch, jetzt sowas zu erzählen, dass wir jetzt da so ein bisschen zurück, das Ganze zurückfahren. Also beenden würde ich es auf gar keinen Fall, man weiß nie, was nach der Rückrunde ist oder ein paar Wochen oder so, aber trotzdem ist es komisch. Also die Sachen außerhalb vom Sport ist bei mir halt auch so, dass die Familie, jetzt ist gerade der jüngste Sohn, ist jetzt sieben Monate, halt da schon viel Zeit wegnimmt, die man halt vorher für den Fußball von FC Bayern hatte. Und ich habe es halt auch gemerkt, dass es sich geändert hat, dass ich auf einmal angefangen habe, weil das jetzt vor einem halben Jahr noch nicht gegeben, nicht mehr auf Biegen und Brechen jedes Spiel zu schauen. Und zwar live, weil sonst gebe ich mir Felix recht, so real live würde ich mir sowas auch nicht anschauen. Es war halt immer so, da habe ich mich mit den beiden großen Jungs, die haben irgendwas gelesen hier. Ich habe halt Fußball geschaut, auch jeden Samstag um 15.30 Uhr. Und jetzt bin ich Samstag 15.30 Uhr beim Skifahren und ich schaue mir nicht mehr meinen Ticker an. Also da muss ich sagen, das wäre mir in den letzten, Gott, wann habe ich angefangen, so krasser Bayern-Fan zu sein. In den letzten 25 Jahren war ich vom FC Bayern noch nie so weit weg wie jetzt. Und das finde ich schon krass. Das ist irgendwie schon krass. Beruf ist es bei mir gar nicht so, sondern eher halt so die Familie und die Zeit, die die Familie halt, der der Familie weggenommen worden ist durch unsere ganzen Sachen, auch vor allem halt dieses völlig verrückte Chorprojekt, was wir da gestartet haben und so. Und dann die andere Sichtweise, also weg von mir hin zum FC Bayern ist es halt auch so, dass ich mich dem FC Bayern einfach nicht mehr so nah und auch so abgeholt fühle. Felix, da musst du auch noch so ein bisschen erzählen, auch ich kann mir zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung mit Uli Hoeneß jetzt, der auch da sicher einen Beitrag dazu zu leistet, zu meinem Gefühl, einfach vor wie so ein Außenseiter. Du bist da, ich glaube, wie viele Stimmen waren es dagegen? 108 oder sowas? Auf jeden Fall nicht viele. Ich war da und dachte, ja cool, demokratischer Verein, weiß nicht. Und ich stimme so gegen Uli Hoeneß. Und man muss sich halt nur blöde Kommentare anhören, das war ein einziges Abgefeiere von Uli, 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 Sprechchöre, Uli der Heilige. Und ich habe mich einfach von diesem, fühle mich von diesem Mann und von dieser, weiß nicht, von dieser Ideologie und dem Ganzen, das dahinter steckt, irgendwie nicht repräsentiert und abgeholt. Ich war da echt tief enttäuscht vom Verein als Ganzen und habe mich einfach da nicht mehr irgendwie so zugehörig gefühlt. Viele, die ich so kenne, auch bei Twitter und so, die haben, was weiß ich, ihre Mitgliedschaft gekündigt. Das würde ich jetzt nicht machen, weil, keine Ahnung, der Verein ist immer mehr als Uli Hoeneß und so. Ja, aber wie viele, wie viele können das sein, wenn nur 100 dagegen stimmen? Vorher haben wir ja auch gedacht, ja, das wird eine knappe Entscheidung, weil sich so viele vorher aufgeregt haben bei Uli. Und dann ist es, über 98 Prozent haben dafür gestimmt. Aber es ist die Filterblase, in der man dann auch ist, so oft fitter und die Leute, die einem selber so folgen und so und mit denen man so redet. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das dann so abläuft und so, wie du angelabert worden bist, so, ja, ihr wart es doch auch Kornneuer, dann haut es doch ab und oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, ich habe mich so gefühlt hier wie Wahl in der DDR oder so. Und ich habe dagegen gewählt, so. Ich weiß. Naja, aber dass es knapp wird, das war ja eigentlich schon lange klar, dass das nicht der Fall ist. Oder das ist nicht, was du da gemeint hast, Felix, aber man, ich kann mich noch daran erinnern, dass mir schon, auch schon Wochen vorher so mal gesagt hat, ja, der wird auf jeden Fall mit 90 Prozent wieder gewählt. Oh, sehr gut, jetzt habe ich mir gerade das Bier aufgemacht und komplett über meine Hose verschüttet. Es ist so unheim, nimmt seinen Lauf. Oh, großer Gott, wie kann das sein? Naja, ich hätte, ich hätte aber schon damit gerechnet, dass mal zumindest halt irgendwie 20 Prozent oder so gegen Uli Stimmen, weil irgendwie schon irgendwie, oder das sind halt, ja, ist halt, mehr als es war, aber knapp wäre es sowieso nicht, also wäre es nicht gewesen. Ja, knapp vielleicht nicht, aber dass es deutlich mehr gegen ihn gestimmt hätten, hätte ich schon erwartet. Das war halt. Was man halt so von, ja, von diesen Stimmen halt gehört hat, aber das sind, ja, du kannst halt gut Stimmung machen mit den sozialen Medien und dann hast du mal gesehen, ja, wie wenig das eigentlich dann doch waren. Ja, das ist schon total interessant, weil ich meine halt insgesamt, wie das abgelaufen ist, das war ja, gut, das ist jetzt auch keine Wahl zum Bundespräsidenten oder so, das ist ja eine Wahl zum Fußballpräsidenten, aber trotzdem halt, mit welcher Kritiklosigkeit mit dem Thema umgegangen worden ist, so, weißt du, dann wird ganz stolz in der Bilanz präsentiert, wir haben eine Milliarde Euro Steuern gezahlt in den letzten Jahrzehnten oder so und dann wird Präsident von uns und Vorsitzender des Aufsichtsrats, ein Typen, der, was weiß ich, 40 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, der wird jetzt unser Vorbild und Präsident, das weiß ich nicht. Das gefällt mir halt einfach überhaupt nicht und da habe ich mich in irgendeiner Form ausgegrenzt gefühlt, sage ich mal. Aber Ruben, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, ich hatte schon so das Gefühl und das hast du auch schon vorher so geäußert, das Ganze hat doch schon so seinen Lauf genommen, auch mit diesem krassen Projekt, das du da als Speerspitze angeführt hast, hin zu dem Wiederaufleben lassen von den Liedern und da hast du auch schon die ganze Zeit, da kamen schon die Töne so durch, wo du gemeint hast, ja jetzt, das war jetzt so krass und das war so groß und das kann man nicht mehr toppen und da hatte ich schon ein Gefühl, da hat das schon so angefangen, also schon bevor diese Hauptversammlung. Absolut, das hat auch angefangen, das ist auch, das ist auch was, was da reingespielt hat und was im Nachhinein so ein bisschen logisch ist, also mein Gefühl war jetzt halt dann so, wir haben die Champions League 2013 geholt, da habe ich jahrelang drauf hingefiebert, das war wirklich, das grenzte schon an so eine Art Wahnsinn, dann war das geschafft, dann war so ein Moment, da haben ja auch viele aktive Fans gesagt, so ja jetzt fahre ich vielleicht nicht mehr zu jedem Spiel etc., dann kam dieser ganze Hype mit Pep, der hat mich jetzt relativ weit getragen, weil ich fand, das war einfach der beste Fußball, den wir je gespielt haben, das war intelligent, das war ein Mann von Welt, das war einfach ein, das hat mich einfach komplett begeistert, da gebe ich auch zu, da habe ich voll die Fanbrille auf, aber dann auch schon in der letzten Saison, es war dann klar, Pep ist nicht mehr da und so, ging es bei mir halt schon so los, das ist auch halt so, Fußballfans sind glaube ich so wie Rockmusiker, die leben so ein bisschen in der Vergangenheit und das war bei mir halt auch so, wenn ich jetzt mir den FC Bayern anschaue, ich fühle die Spieler nicht mehr so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es gibt schon noch ein paar, die ich total gern mag, aber halt so Ikonen wie Schweinsteiger und auch jetzt das in Badstube einfach so geht und so und klar, da gibt es noch Lahm und Thomas Müller, aber wenn ich mir die anderen so anschaue, da laufen dann Comar und Costa und Renato Sanchez und Vidal rum und dann habe ich einfach so das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so mein FC Bayern, dann schaue ich mir den FC Bayern so in den sozialen Netzwerken an, dann sehe ich irgendwelche Snapchat, Instagram-Filter, die ganze Zeit irgendwelche idiotischen Bilder irgendwie, ich fühle mich dem FC Bayern und dieser ganzen Thematik Fußball und diesem ganzen Ding einfach insgesamt auch nicht mehr so nah und dann ist es halt wie in der Ehe oder vielleicht wie wenn man Rockmusiker ist oder so oder Rockmusikfan, man besinnt sich auf die gute alte Zeiten der Vergangenheit und das haben wir halt getan, wir haben halt dann uns auf ein Projekt neben dem Alltagsgeschäft, dem modernen Fußball konzentriert, dieses Core-Projekt, haben halt da alle Energie reingesteckt, das war wahrscheinlich auch einfach zu krass, weil das, also der Aufwand war wahrscheinlich auch zu heftig, ich meine, was rausgekommen ist und so war alles toll und hat auch megamäßig Spaß gemacht, aber das ging einfach doch schon weit über jeden sinnvollen Einsatz hinaus und hat sicher dann auch dazu geführt, dass es mir dann irgendwie zu viel geworden ist auch, aber deshalb war auch genau das, wir haben uns ja eigentlich nicht mehr mit dem aktuellen Fußball beschäftigt, sondern mit der Vergangenheit, mit einer glorreichen anderen Zeit und haben halt versucht, uns dem Thema FC Bayern auf eine andere Art und Weise zu nähern, als jetzt nur noch über das Alltagsgeschäft zu reden, um halt eben auch was zu schaffen, was wir jetzt mit dem Buch, wie man das so sieht, eigentlich geschafft haben, was dauerhaft ist, was man vielleicht in 20 Jahren sich noch anschauen kann. Ja. Ja, aber weil du das angesprochen hast mit den Spielern, das fand ich, ist mir heute auch wieder aufgefallen, weil er jetzt überall in den Medien dieser Bericht war über einen Schweini und seinen Einsatz da im FA Cup und so, das ist so witzig, er ist ja gar nicht mehr im FC Bayern, aber wenn man das liest, das ist wie du sagst, macht irgendwie so die Verbundenheit mit diesem Spieler einfach und das, was der so für einen selber bedeutet, weil man ihn halt so wachsen hat sehen und alles und er so eine wichtige Rolle beim FC Bayern gesehen hat, er gespielt hat, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist mit den jungen Spielern, die jetzt nachkommen, die du jetzt genannt hast, gar nicht vergleichbar. Aber weißt du, das Problem ist auch, es kommen ja auch keine jungen Spieler nach. Kimmich ist halt der Einzige, der mich dann auch noch begeistert, aber der ist nicht mal aus unserer eigenen Jugend, das war halt auch mal so ein Faktor, der mich so begeistert hat dann, wenn halt Spieler wie Badstuber, wie Müller und so und Alaba da so waren, aber da kommt halt auch gerade nichts nach, da baut man vielleicht momentan was auf. Aber, ja, das fehlt mir irgendwie, mir fehlt da gerade irgendwie die Energie, mich da komplett dem Fußball hinzugeben, muss ich sagen. Und das ist auch total komisch für mich selber so, muss ich echt sagen, weil das halt auch immer so was war, dass man sich so drauf gefreut hat, yeah, nächstes Spiel, ja, Spieltag, yeah, nur noch drei Tage, nur noch zwei, nur noch einen Tag, yeah, Fußball, ich liebe es, das Geist aller Zeiten. Und dann jetzt so, naja, muss ich mir jetzt wirklich reinziehen. Und natürlich spielt da auch, Felix, was du gesagt hast, bei mir auch so rein, es ist halt einfach stinklangweilig, die Bundesliga. Sorry, da muss man, da können die versuchen, hoch zu jassen, was sie wollen. Red Bull, ja, mein Gott, nett dieses Jahr, aber überhaupt kein Gegner, Dortmund verkackt. Wir spielen auch eigentlich nicht gut, aber es reicht trotzdem noch bei Weitem, die Spiele sind langweilig bis zum Erbrechen. Das muss man einfach sagen, kein guter Fußball für mich, kein Konzept zu erkennen. Und man gewinnt halt aufgrund der individuellen Klasse, wenn Ribéry und Robben, zwei 50 Jahre alte Leute, dann das Spiel machen, wenn man sich auf die verlassen muss, wenn es überhaupt eigentlich gar keine Chance gibt. Ja, aber das ist auch echt so, das habe ich mir jetzt auch wieder, jetzt haben die ja ihre Verträge da verlängert, da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie lange will man das noch machen? Der Umbruch muss kommen. Wenn die gerade mal fit sind, dann gewinnt man ein Spiel durch individuelle Klasse und ansonsten, wenn sie nicht fit sind, dann spielt man noch grottenschlechter und sagt, wenn unsere individuelle Klasse, Weltklasseleute nicht fit sind, dann haben wir einfach ein Problem. Und das sagen wir schon seit fünf Jahren. Es ist natürlich ein zweifleidiges. Ja, gut, wenn sie fit sind, sind sie natürlich super, aber das ist einfach auch kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Nee, auf der anderen Seite, ja, sorry, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht. Ja, wir haben es ja schon seitdem gesagt, dass man da irgendwie mal Nachwuchs braucht für diese Position gerade und Coman und Costa sind es ja wohl nicht. Das sollte ja eigentlich mittlerweile auch jedem klar sein. Ich glaube, ich überhaupt nicht mehr dran. Also klar, Backup, aber mehr halt nicht. Nee, und du musst, es ist halt der, wir sagen es ja eigentlich immer wieder, es ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo du sagen musst, du musst jetzt 100 Millionen oder mehr hinlegen und mal die Top, Top, Top-Leute, auf die du dann dein Fundament für die nächsten, wir haben es ja bei Robben und Ribé auch gemacht, für die nächsten zehn Jahre eigentlich legen kannst, das musst du jetzt hinlegen. Da muss jetzt einfach dann ein Grießmann und was weiß ich, die müssen jetzt einfach her, da muss jetzt einfach was gehen. Da führt einfach kein Weg mehr dran vorbei. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube es irgendwie nicht, dass das passiert, aber schauen wir mal. Ich finde nicht mehr, dass man so unglaublich viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern wenn man hätte schon vor ein, zwei Jahren junge Spieler da holen können, die sich da dann mit denen die Arbeit teilen, weil die sind ja auch dauernd verletzt, da hätte man nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen und hätte den Umbruch geschmeidig machen können, aber das wurde einfach nicht gemacht und das ist völlig unverständlich. Es kotzt mich auch so an, ich habe es ja auch, ich habe es davor schon gesagt, wenn ich ihn jetzt spielen sehe, sage ich es wieder, ich habe es den Jungs auch schon in Telegram geschrieben, du musst für diesen fucking Dembele oder wie der heißt, musst du jetzt hingehen zu Dortmund und sagen, pass auf, wir zahlen wie meinetwegen 100 Millionen für den Typen oder so. Der, ich bin mir so sicher, der wird mal in Regionen aufsteigen, der ist jetzt schon so gut, der ist so krass, warum haben wir den nicht gekauft, das kotzt mich einfach sowas von an. Der ist so gut, der Typ, das ist unfassbar. Also da würde ich echt, ich würde jetzt sofort hingehen und sagen, egal was ihr wollt, Dortmund, komm, 80 Millionen her mit dem Typen, wir brauchen jetzt solche Leute, wirklich. Also das ist, ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube wirklich, der wird mal, vielleicht nicht ganz, aber in so einer Klasse wie Messi wird der mal abgehen, glaube ich. So zumindest, wenn man ihn so sieht von den Anlagen. Ja, aber der hat jetzt gerade auch nicht so das große Potenzial hier, also weil er halt auch eben Franzose ist und von irgendwo her kommt und hier unser neuer Publikumsliebling zu werden. Ja, du, aber der muss halt irgendwann auch sagen, weil das ist halt auch irgendwie, das werfe ich halt auch irgendwie an Gelotti vor, der versucht jetzt gar nicht irgendwie, weil du könntest jetzt davon ausgehen, er ist jetzt drei Jahre Trainer, er will in drei Jahren auch noch was reißen, dass er halt sagt, okay, ich nehme schlechtes erstes Jahr in Kauf, ne, für irgendwelche jungen Spieler, anetabliere die, dass ich in Jahr zwei oder drei was macht, ne, was macht er, er lässt auch so Leute wie Kimmich eigentlich überhaupt nicht mehr spielen, setzt auch so Leute, die völlig am Ende sind, wie Alonso, wie Ribéry, Robben. Ich will mit dem auch noch verlängern. Ja, wenn ich das sehe, das ist wirklich, das ist so kurz gedacht, das ist so idiotisch, also wirklich, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich dazu, zu dem Schmarrn überhaupt noch sagen soll. Ja, der gefällt mir auch einiges nicht. Ja, und dieses Gesamtpaket irgendwie, das, dann weißt du, dann auch noch so, ich mag auch, mich regt das auch so auf, diese ganze Scheiße, wenn ich dann auch mit Trainingslager in Katar, was jetzt schon wieder war, wenn ich dann Uli Hoeneß wieder, der alte Dampfplauderer dann höre, ja, da war der FC Bayern mal wieder klüger als die anderen Vereine, die jetzt in Spanien oder Portugal frieren, weil wir waren ja in Katar, da ist ja der Rasen mit der Nagelschere gestutzt. Ey, Hals-Maul-Typ wirklich, ey. Wir gehen da hin, weil die uns viel Geld bezahlen und sonst aus gar keinem anderen Grund. Wenn du so Sportwissenschaftler fragst und sagen die dir, so ein totaler Klimaumschwung ist für das Immunsystem und alles überhaupt nicht gut, dass du dann da bei 20 Grad trainierst und hier dann in Freiburg bei minus 7 Grad spielst, das ist für den Körper total beschissen. Also das ist dann... Aber dafür hatten wir einen super Testspielgegner. Ja. Danke, Felix. Oh Mann, ey. Naja. Ja, ja. Genau. Und dann geht auch noch der Co-Trainer und Ancelottis Schwiegersohn oder sein Sohn ist jetzt der neue Co-Trainer. Ach so, ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich auch super professionell, dass eigentlich die wichtigste taktische Hand Paul-Klement einfach da mitten in der Saison so mir nichts, dir nichts mehr wechselt. Oh, das ist echt, echt cool. Das wäre ja sogar fast schon vor der Saison noch passiert. Da hat Bayern ja noch einen Dementi eingelegt, aber jetzt haben sie ihn gehen lassen. Ja. Komisch. Ja, es wirkt ja für mich einfach halt nicht professionell. Auch war... Ja. Ich weiß es nicht. Und was sagt ihr zu unseren neuen Transfers? Niklas, Süle und Rudi, die im Sommer kommen? Och, naja, da muss ich sagen, ja, Reschke, habe ich großes Vertrauen in den, die beiden Transfers, früh eingetüchtet, früh klar gemacht. Niklas Süle ist top, würde ich sagen. Den haben sich schon von Chelsea bemüht und was weiß ich. Ist im besten Alter, hatte schon ein paar krasse Verletzungen. Ich glaube auch sowas wie Kreuzbandriss hat der schon hinter sich. Aber ich glaube, bei dem kannst du nichts falsch machen. Das fand ich einen tollen Transfer, gerade wenn du jetzt siehst, dass Badstuber weggegangen ist, dass andere Leute wie Martines verletzungsanfällig sind. Ja, also ich finde es auch einen Top-Transfer, junger deutscher Nationalspieler. Aber ich frage mich an seiner Stelle, warum in der Boateng und Hummels eigentlich, wenn die fit sind, sind die gesetzt. Das ist die Innenverteidigung der Nationalmannschaft. Kommst du nicht vorbei normalerweise? Martines, ja gut. Kannst du sicher den Zweikampf mit aufnehmen und ist auch oft verletzt. Also bist du halt dann im Optimalfall Innenverteidiger Nummer drei. Deswegen, weiß ich nicht. Also an seiner Stelle hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Für uns ist es natürlich super, so einen jungen Innenverteidiger dahinter zu haben. Das ist halt die Antwort, die man von solchen Spielern immer hört. Die ist, ich kann mir im Training dann viel von den Etablierten abschauen. Ja, das hat man auch bei Bartra gesehen. Da hat sich auch viel im Training abgeschaut. Aber leider nicht von Piqué. Felix, jawohl, höchst von mir. Da muss ich aber noch ein bisschen Abbitte leisten. Ich hätte nicht gedacht, dass Hummels so schnell so gut ist bei uns. Das finde ich schon sehr geil. Weil ich finde, der hat da schon echte Führungsqualitäten. Der hat auch die Schwächephase und den Ausfall vom Boateng eigentlich fast vergessen gemacht. Weil wir stehen nicht schlecht da. Und auch er spielt total gut nach vorne und macht das alles sehr gut. Bei uns viel besser als bei Dortmund. Unser Spiel kommt ihm, glaube ich, auch mehr entgegen. Also da war ich begeistert, muss ich sagen. Ja, das ist halt jetzt der Fixpunkt, weil die anderen abwechselnd verletzt sind. Und er eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit gespielt hat. Und das ist auch noch gut. Voll. Ja. Also bin ich jetzt, ja, also im Vergleich zur letzten Saison bei Dortmund war es auch nicht sehr schwer, besser zu spielen. Aber, ja, da macht es sich schon gut. Ja, und dann ja, es kommt noch Sebastian Rudi. Also. Nein, den hat man halt mal so mitgenommen. Das ist halt, Entschuldigung, Basti, so Rode, Rode zwei Punkte. Ey, ey. Ja, vielleicht, der kann auch schon noch ein paar mehr Positionen spielen. Der ist halt ein Allrounder. Der ist so ein Typ wie Rafinha, der kann defensives Mittelfeld spielen und der kann halt auf der Außenbahn spielen, oder? Ja, ja, vielleicht sogar ein bisschen besser als Rafinha, denke ich. Aber warum hat man eigentlich mit Rafinha auch noch mal verlängert, wenn man den holt? Ich weiß es nicht. Naja, aber ja, ablösefrei. Kann noch ein paar Titel auf der Bank einsammeln mit Ulrich zusammen. Weil, der ist ja jetzt auch kein, auf lange Sicht kein Lahm-Nachfolger. Der ist einfach Notnagel. Also, ja. Im besten Alter. Kapitän, glaube ich, bei Hoffenheim. Auch schon ein paar Länderspiele gemacht. Dann bei Bayern auf die Bank. Ich weiß nicht. Aber hast dann halt später auf der Autogrammkarte ein paar Titel. Ja, das ist doch nicht schlecht. Also, ich hätte gerne so eine Autogrammkarte mit Titeln. Ja, kann ich dir eine machen. Wie viele Titel du schon gewonnen hast, während du Fan bist. Auch vielen Dank. Da bin ich echt, glaube ich, ein sehr guter aktiver Fan. Ja, genau. Wir sind ja jetzt gerade so voll durch und haben schon andere Sachen angesprochen. Aber genau das alles führt halt auch dazu, was wir jetzt gesagt haben, dass wir halt jetzt mit dem Podcast einfach mal ein bisschen durchschnaufen müssen. Nach den ganzen krassen Aktionen. Wir haben es jetzt schon gemerkt. Wir werden jetzt einfach, ich habe es vorher schon gesagt, ein bisschen kürzer treten und gucken, dass die Muße und der FC Bayern und die Liebe nochmal neu entfacht wird. Dass das Feuer nochmal lodert. Dass wir vielleicht einfach mal auch wieder ins Stadion gehen. Unbefreit. Ohne, dass wir jetzt eine Stadionfolge machen. Dass wir halt mal auch einfach nur noch Fußball schauen und nicht immer Fußball schauen mit dem Hintergedanken, dass wir dann einen Podcast dazu machen müssen. Wir müssen einfach mal gucken. Aber komischerweise habe ich auch die ganze Saison noch keine Karten zugeteilt bekommen. Das passt irgendwie auch ins Bild. Das ist doch da. Hey, Wolfsburg, Felix, da werden die Tickets jetzt verschenkt. Ja. Geh mal rein. Das will ich auch nicht. Ja, Arsenal sind wir mit beiden Anfragen auf der Warteliste. Ja, okay, also Absagen. Ja. Ja, aber nee, irgendwann kriegen wir wieder. Dann gehen wir hin und vielleicht ja auswärts Champions League. Darauf hätte ich schon Bock. Ja, ich hätte auch Bock. Basti ist halt das Problem. Das gute Gewissen von uns. Basti kann mit dem Fahrrad fahren. Oh, mal extrem reingrätschen, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Was haltet ihr von dem neuen Logo von Juve? Dem Wappen. Ja. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Was thematisch oder das Ding? Das Ding. Findest du den schlechten Witz? Ja. Also das ist ja, da verkauft man ja seine Seele komplett, so wie auch Real Madrid kann. Das ist nicht, weiß ich nicht, ich finde es jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Habt ihr das auch mitgekriegt? Mit dem Kreuz oder so? Das Kreuz aus der Krone rausgenommen und um einen Sponsorenvertrag mit irgendeinem Scheich abzuschließen und ja, deswegen haben sie einfach mal das Kreuz rausgenommen. Ja, aber dieses Juve-Logo, das finde ich echt grauenhaft. Also es mag jetzt nicht schlecht ausschauen. Ich hab's gar nicht mitbekommen, ich hab's mir jetzt angeschaut. Schau's dir mal an. Es mag nicht schlecht ausschauen, aber da ist einfach die komplette Tradition in die Tonne getreten und die Seele verkauft. Ja, das finde ich sehr interessant. Juve ist ein Verein, da müsst ihr mal gucken. Ähm, der hat ganz oft seinen Wappen geändert, nie so radikal wie da. Ich, ähm, bei mir schlagen da echt zwei Seelen in meiner Brust. Sorry, Felix, du wolltest noch was sagen. Naja, auch mit den Wappen, da hab ich auch so ein Video oder irgendein GIF gesehen, in dem sich das Logo verändert hat. Das waren aber auch zehn Logos oder so, wie es bei Bayern auch war. Naja, bei Bayern war es ja immer sehr ähnlich eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Ja, aber da bei Juve fand ich auch, es waren immer irgendwie schwarz-weiße Streifen und jetzt, es geht gar nicht. Pferd drin, ne? Ja. Also bei mir muss ich sagen, finde ich das zwei Herzensschlagen da in meiner Brust. Auf der einen Seite muss ich sagen, vom reinen designerischen Aspekt ist es eines der besten Logos und besten CIs mit dem Video, mit allem, mit der Aufmachung. Schaut euch mal die Sachen an, die ich jemals gesehen habe. Das ist ein absolutes Meisterwerk, da war jede Million für diese Agentur, war da richtig investiert. Also du kannst es besser nicht machen. Ja, dann können sie ja jetzt schwarz-weiß-gestreifte Schuhe verkaufen, wenn sie so eine tolle Marke sind. Können sie alles machen, schaut euch das einfach alles an. Ich verstehe deinen Punkt mit der Tradition. Aber ich muss sagen, es ist das ehrlichste Wappen oder Logo, was ich mittlerweile bei einem Verein gesehen habe, weil es ist genau das, was jeder Verein macht. Es ist kein Fußballverein mit einem Fußballwappen mehr, es ist einfach eine Marke, eine CI, die überall durchgetragen wird und die mit dem Fußball eigentlich nur noch am Rande was zu tun hat. Von daher ist es ehrlich, ich verstehe jeden Aufschrei von jedem Fan, aber ich kann euch nur sagen, genau dahin wird es gehen, das ist die Zukunft und vom Handwerklichen ist das wirklich ein Wahnsinn. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst, muss ich sagen. Finde ich. Es ist supergeil gemacht. Nur von dem. Ich verstehe deinen Punkt total, Felix, aber ich glaube, genau dahin wird es gehen und es ist ehrlich, es ist kein Fußball, vor allem mit einem fucking Wappen, sondern es ist eine internationale Marke auf dem Weltmarkt, die cool, die stylish ist, die fürs Web gemacht ist und daher ist es ehrlich, finde ich. Ich finde es mega geil. Ich habe kein Verständnis und Gespür oder irgendwas dafür, also ich finde es bescheuert. Aber ich finde hier ist schon so ein lustiges Bild, wo das so umgemodelt wurde in so einen Typen, der auf dem Klo hockt. Ja, da gibt es schon hundert bis solche Bilder. Naja, verstehe dir wirklich nicht, was ich meine, so vom rein ästhetischen? Doch, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich kann mir das immer einfach überhaupt nicht vorstellen, wie du sagst, warum mache ich so einen Fußballverein zu so einer Marke? Ich kann das schon alles verstehen, was du sagst, aber ich verstehe es trotzdem nicht, wieso man das macht. Ich bin einfach ein Traditionsfan. Es hat so ein Wappen, es deutet halt noch so ein Wappen an, es ist zweifarbig, es ist ikonisch, es hat die Streifen drin, es ist mega simpel, erinnert euch einfach an so ein Logo wie von Nike, so um die Richtung geht. Ja, aber warum braucht man das? Wofür braucht man das? Wofür braucht man das? Das ist eine gute Frage, um halt die Marke und seinen Verein ins nächste Jahrtausend zu tragen, um noch mehr Geld damit zu verdienen, um noch stylischere, coolere Produkte zu machen, die halt genau wie Adidas oder Nike keine Sportschuhe verkaufen will, sondern ein cooles Image, genau das gleiche machen die auch. Ich schicke euch gleich mal einen Link mit den ganzen Produkten dazu, die die da designt haben. Da geht es überhaupt nicht mehr um Fußball, da geht es darum, dass du eine coole Klamotte bist und eine coole Marke und eine coole CI. Das haben die verstanden, das finde ich ehrlich, da weiß man wenigstens, wo es hingeht. Völlig Tradition, Fußball, alles ist völlig nebensächlich. Tja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sollen sie machen. Aber das ist doch traurig, dass der Fußball nebensächlich ist. Warum feierst du das so? Das geht doch eigentlich, da ist doch ein Fußballverein. Geht doch ein Fußball. Ja, aber es geht ja auch immer weniger um Fußball, die ganzen Sachen, WM-Aufstockung und, nö. Nö, aber das ist einfach so, das ist die Realität. Es geht alles ja in diese Richtung. Aber du sagst ja, du findest das auf irgendeiner Seite cool. Ich finde es handwerklich, mega gut gemacht und ich finde es ehrlich, weil es genau das ist, wenn 50 Jahren, wir mal schauen, da wird das wahrscheinlich bei jedem so sein. Tja, kommt auch vor jedem Einwurf ein Werbespot. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es ist halt einfach eine coole Lifestyle-Marke und kein primäres Fußballvereinswappen mehr. Aber gut, ich schweife ab. Felix, was ich vorher noch zu dir sagen wollte, weil du das so kritisiert hast oder zu Recht auch mit Robben und Ribéry, weil die so alt sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der FC Bayern in puncto Vertragsverlängerung, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, natürlich auf einem absolut Weltklasse-Niveau agiert. Wenn du schaust, wer jetzt mittlerweile alles bis 2021 verlängert hat, unter anderem Lewandowski, von dem hätte es wahrscheinlich, als der zu FC Bayern gekommen ist, niemand gedacht, dass das jemals passieren wird. Leisten wir da auf der einen Seite Top-Arbeit, finde ich. Auf der anderen Seite verpassen wir auf gewissen Positionen den Umschwung. Ich erkenne da auch durchaus die Strategie. Wir haben halt neben Costa und Comar Spieler geholt, von denen sie vielleicht gedacht haben, dass sie durchstarten und Robben und Ribéry ersetzen oder vergessen machen, aber es hat halt nicht geklappt. Und deswegen glaube ich, dass man da fast nicht mehr warten kann, sondern trotzdem Vollgas geben muss. Weil wir haben wirklich die Weichen für die Zukunft gestellt eigentlich, mit sauvielen jungen Leuten, die total langfristige Verträge eben bis 2021 haben. Ja, aber die müssten dann halt auch mal, also so Kimmich zum Beispiel müsste halt auch mal mehr spielen. Ja, das ist ein Megaproblem für mich. Die Verlängerung von Rafinha und Alonso verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja gut, Alonso hat noch nicht verlängert. Aber von Rafinha verstehe ich nicht. Hat der nicht mitgeteilt, dass er nicht verlängert? Nee. Also das war jetzt mein Stand, dass er sich... Ich glaube, es ist noch offen. Ja, aber wie gesagt, Rafinha kann ich nicht verstehen. Gut, Robben und Ribéry, klar, kann ich verstehen. Wenn die fit sind, sind die natürlich Weltklasse. Aber ja, sonst hast du schon recht. Aber schau. Wendowski, Müller, Alaba, Boateng, Neuer, Hummels, Martinez, Sanchez, Müller, Kimmich hat noch bis 2020, glaube ich. Ja, hast du schon recht. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass da... Also ich bin vor allem mal auf Coman gespannt, ob man den tatsächlich kauft für 21 Millionen. Also die 20 Millionen, da hätte ich dann lieber Brandt oder Gnabry, keine Ahnung. Also Brandt finde ich eigentlich den einzigen deutschen Spieler, der da irgendwie groß Sinn macht. Ja, Gnabry spielt ja auch eine gute Saison. Wird auch nicht so teuer sein, also warum nicht? Kann man ausprobieren. Aber ja, also dann kommt ja auch noch Lahm, der auch ja vielleicht schon jetzt aufhören will, spätestens in einem Jahr. Auf dieser Position haben wir dann immer noch keinen vernünftigen Rechtsverteidiger. Da spielt doch Kimmich nach deiner Vision. Ja, die... Ja, dachte ich, aber... Ich halte die nach wie vor schon für eine Möglichkeit, aber Ancelotti nicht so, gell? Nee, Ancelotti glaube ich nicht. So Leute, ich muss euch mitteilen, ich mache einen neuen Whisky auf. Brach Leddich Island Barley Rockside Farm 2007. Oh, 50 Prozent. Hast du schon eine ganze Flasche getrunken, oder was? Nee, aber ich trinke mich hier so durch. Aber der ist härter. Kleines Whisky-Tasting nebenbei. Ja, das ist wirklich, das hat Stil. Okay, Schluss mit dem schnöden Bier, hin zum Whisky. Sehr schön. Jetzt, wenn man so ein Podcast hat, macht es dann doch wieder Spaß, um über den FC Bayern zu reden. Bloß wir haben nur keine Ahnung mehr davon. Ja, um zu pöbeln. Ja, stimmt. Oh Gott. Wisst ihr, was die Superironie ist, Leute? Wir hatten nie so viele Hörer wie jetzt. Und die haben jetzt alle drauf gewartet. Die hören das jetzt. Ich habe jetzt mal kraulen, was ist denn wieder? Vor kurzem habe ich geschaut. Die letzten beiden Folgen haben jeweils weit über 150.000 Leute erreicht. Und jetzt so, hey Leute, ihr sind eure Idioten, die ist auf dem Höhepunkt des Erfolges, des Ruhmes, total verkacken. Ach Mann. Aber vielleicht mögen sie auch unsere Ehrlichkeit. Ja, mit Ehrlichkeit kann man sich nichts kaufen. Wir müssen einen Instagram-Filter drüberlegen und bei Snapchat ein Happy Face von uns posten. Und vor allem ein neues Logo. Mit Bayern. Neues Erfolgsfans-Logo. Das wäre natürlich schon geil. Ich glaube, das wird es gut auch nochmal rumreißen. Ja, auf jeden Fall. Und dann nicht mehr über Fußball reden, sondern über Instagram und Snapchat. Über Marke einfach. Snapchat. Die Marke Erfolgsfans. Aber wir müssen auch noch die ganzen Leute aufflüssen. Die hier, unsere großen Zuhörer der Club, wie heißt der nochmal, 27, 2, 27. Februar hat auch wieder geschickt, dass er mit unserem Shirt so in Bremen war und so. Das ist halt immer so nett. Und wir, ja hier, Club 27. Februar, Matze und Ralf, genau. Mit unseren Dingern sogar. Volksfans-Hoodies. Ja, voll nett. Voll cool. Jo. Wer uns auch noch geschrieben hat, den können wir hier auch nochmal plagen, weil es auch so gut dazu passt. Und zwar ist es ein Blog, der heißt, weil Fußball früher besser war. Der hat uns auch gebeten, ob wir darauf hinweisen können auf seinen Blog. Klar, kann man schon mal machen. Ach ja, genau. Wo sind wir hier? Vertragsverlängerungsmäßig sieht das alles schon ziemlich gut aus. Muss ich schon sagen, das passt alles. Aber irgendwie mir fehlen halt so meine Lieblinge. Eigentlich ist sowas wie, so jemand wie Alaba kann das ja auch sein, aber der ist, ich weiß es nicht. Ja, die Alaba und Boateng, die haben mich auch in letzter Zeit aufgeregt. Die siehst du nur noch als Models auf irgendwelchen Großveranstaltungen. Weißt du, was die sind? Marken. Genau. Das sind keine Fußballer mehr, das sind Marken. DA27. Genau. Na, aber ich glaube, viel liegt auch einfach daran, es wird solche Spiele wahrscheinlich einfach nicht mehr geben. Weil das da mit reinspielt, was der Ruben gesagt hat, dass die aus derselben Generation kommen. Das ist einfach was ganz anderes. Identifiziert man sich anders damit. Ja, und dass ihre Berater jeden Send aus denen rausquetschen wollen. Sie aus sich vielleicht selbst auch, keine Ahnung. Der Schweini ist auch ein Model. Ja, für Crunchchips. Was weiß ich alles, der macht da auch viel mehr Sachen Zeug. Ja, nur weil er nicht mitspielen darf. Wo er bei Bayern war, hat er auch nicht so viel gepostet. Ja, weil es eine andere Generation ist, da gab es das halt noch nicht so. Das ist halt die Zeit. Ja, da sind wir jetzt vielleicht auch schon zu alt für. Ja, das ist das Problem. Basti, hol dir doch mal Instagram und Snapchat und dann arbeite ich da mal ein bisschen in die Materie ein. Ah, hier, jetzt habe ich das endlich gefunden. Ich werde das mal posten. Logo-Designer, da seht ihr jetzt mal eins zu eins, was ich damit meine. Wenn ihr da mal drauf klickt auf den Link logo-designer.co Interbrand reveals new logo Design and identity for Juventus Football Club. Wenn ihr da mal runterscrollt, dann seht ihr so the brave new world. Seht ihr das? Die Shirts, die Bälle, wohin die wollen, die eigene Schriftart, die sie entwickelt haben. Wunderschön. Darum geht's. Mir nicht. Ja, dir nicht. Aber wo ich das hier gerade sehe, fällt mir auch heute auf, dass der FC Bayern jetzt seine eigene Playlist auf Apple Music hat. Oh ja, super neuer. Aber Ruben, ganz ehrlich, also ich, wie gesagt, das konnte ich mir schon auch so direkt vorstellen. Ich habe mir gleich so eine, so eine Parfumflasche vorgestellt. Ja. Diesem Juve Loco. Ja klar. Das ist halt minimalistisch, das ist stylisch, das ist Zeit. Ja, aber trotzdem würdest du es dir nie kaufen. Ich? Nein, aber ich bin ja auch nicht repräsentativ für sowas. Es ist halt für die Alabas und Boatengs, ist es der Club. Die Identität, das Design. Naja. Sind das eigentlich Ski, die da unter den, schon, oder? Die unter den Bällen, unter den Bällen, das sind Ski, oder? Ja. Die würde ich mir natürlich sofort kaufen. Ja, siehste. Ja, genau. Und schon haben sie dich angekämpft. Schon haben sie dich. Das ist so ein Quatsch. Oh ja. Ähm, ja. Dann müsste Juve aber jetzt noch seine alten Recken, Buffon und Chiellini und so, verkaufen und dafür Models einschalten. Na, sie hätten halt zum Beispiel Pogba behalten, müssten sie sich dann sofort das neue Loco als Frisur eingraviert oder so. Als ein gutes Tattoo. Also das ist echt nichts. Genau, die Hafto-Fans müssen alle ihre schönen alten Tattoos jetzt crossen. Ja, Gott. Trikots haben verbrannt. Ja, die Juve-Fans freuen sich natürlich überhaupt nicht über den ganzen Spaß. Komisch. Okay, Leute. Hier, unser Gegner im Achtelfinale, gegen den wir noch nie gespielt haben. Oh. Wie seht ihr unsere Chance? Gegen Arsenal, meinst du jetzt? Ja. 15. Februar. Also ganz ehrlich, Arsenal ist jetzt auch nicht mega, also Entschuldigung Felix, leg du mal los. Äh, ich würde sagen 50-50. Die, weil in den letzten Jahren, du hast ja schon gesagt, wir haben noch nie gegen die gespielt, sind wir immer weitergekommen oder haben sie, oder haben gewonnen in der Gruppenphase. Aber es war irgendwie meistens so, dass wir im Hinspiel gut waren und relativ hoch gewonnen haben und im Rückspiel es dann fast noch versaut hätten. Und da waren wir ja eigentlich schon super drauf unter Pep. Und jetzt sind wir eigentlich nicht so super drauf. Und deswegen denke ich, dass Arsenal diesmal eine größere Chance hat und dass damit die Chancen eigentlich 50-50 stehen. Spielen wir als erstes in England? Ne, wir sind ja nur Gruppenzweiter geworden und zuerst zu Hause. Also ich würde sogar tippen, dass wir beide Spiele verlieren. Ich glaube, wir scheiden aus. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es halt knapp wird, aber trotzdem, dass wir es packen. Und dann können wir dann nach Turin fahren und in den Champions League spielen. Also ich kaufe mir dann sofort Sushi ja von denen. Ja, aber das müssen Bigfoots sein, oder? Oh ja. Und jetzt hier das voll am Reib. Und ich mache mir das Logo in die Haare. Werde ich wahrscheinlich von Juve-Fans verprügelt. Das ist für die Uwe-Logo, ja genau. Wahrscheinlich. Ja, aber Arsenal ist schon auch stark. Und die sind auch, also wir sind schwächer als die letzten Jahre und Arsenal vielleicht sogar ein bisschen stärker, oder? Noch eingespielter. Ja, ich weiß nicht. Manchmal haben die auch so Knicks drin und verlieren gegen wieder irgendwelche komischen Mannschaften. Vertragssituationen von Özil und Sanchez ist noch nicht so geklärt. Es wären im Prinzip auch zwei Leute, die man mit Bayern schön holen könnte. Obwohl ich nie so der riesen Özil-Fan war. Aber Sanchez wäre theoretisch auch einer, ein Kandidat zumindest. Für uns. Ja, das ist aber auch nicht mehr. Der Jüngste ist auch schon 29. Du musst einfach so immer wie Grießmann holen. Das ist fucking gerne. Wobei der auch unser Problem nicht sofort lösen würde, gell? Nee. Und ich weiß auch gar nicht, ob der so gut passen würde. Aber Özil mittlerweile fände ich in den Klub gar nicht schlecht. Weil wir jetzt ja eigentlich schon mit so einem Spielmacher spielen und der ja schon gute Pässe spielen kann. Ja, wir haben ja immer noch so brachial weh, tut es einfach Toni Kroos. Ich verstehe das nicht. Das war die größte Dummheit, die wir je fabriziert haben. Absolut. Das ist wirklich, das ist grenzenlos dämlich. Naja, auf jeden Fall, ja. Am 15. zweiten spielen wir, glaube ich, zu Hause gegen Arsenal. Und dann irgendwann im März Rückspiel. Ja, wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht ist es dann auch wieder mal ein bisschen geil. Auf wen wir auch noch mal kurz zumindest eingehen müssen, finde ich, ist Holger Badstuber. Weil das schon eine Ikone ist, die uns jetzt seit Jahren beim FC Bayern begleitet hat mit seinen tragischen Geschichten und die jetzt halt nach Schalke ausgeliehen worden ist. Wir haben quasi mit ihm verlängert, um ihn dann zu verleihen. So war der Deal. Ja, es ist aber auch irgendwie komisch gelaufen, fand ich. Wieso? Weil eigentlich wäre ja sein Vertrag ausgelaufen. Und er war ja eigentlich schon in Schalke, bevor er überhaupt verlängert hat. Und man hat das ja irgendwie auch nur gemacht, weil sonst hätte man ihn gar nicht ausleihen dürfen. Und Schalke hätte ihn sich aber wahrscheinlich nicht kaufen wollen. Ist ja auch ungewiss mit seiner Verletzungshistorie. Einerseits finde ich es, ja, es ist, glaube ich, der richtige Weg, dass er mal wieder Spielpraxis sammelt. Andererseits kann ich es dann nicht verstehen. Nee, das wollte ich gerade sagen. Andererseits kann ich nicht verstehen, wie er zu Schalke geht. Weil die Innenverteidigung ist bei Schalke, glaube ich, das kleinste Problem. Ja, und für Bayern finde ich es auch nicht vernünftig. Weil jetzt haben wir nur drei Innenverteidiger. Gut, mit Alaba dann noch einen halben. Wovon Boateng und Martinez mindestens einer von beiden, wenn nicht beide die ganze Hinrunde verletzt waren. Also da hätte ich auch lieber Wartstuber da behalten und hätte auch seine Spielpraxis sammeln können. Zumindest mehr als, weil es das jetzt bei Schalke tut wahrscheinlich. Also ist irgendwie komisch gelaufen. Man kann sich nur wünschen, dass er jetzt bei Schalke das schon noch irgendwie Spielpraxis sammelt und dass er halt sich nicht verletzt und wieder richtig gut wird und dann so im Sommer zurückkommt. Aber das kann ich nicht glauben. Leider. Ja, es ist schon schade, weil es halt auch jemand ist, den ich immer total gern mochte, mit dem man so mitgelitten hat. Aber ja, es ist ja, es ist halt auch, wir haben ja eigentlich ihm sogar immer schon nahegelegt, dass es vielleicht in der Zeit wird, seine Karriere zu beenden, weil ich mir da gar nicht vorstellen kann, wie belastend das so sein muss für einen Fußballspieler, wenn er mit solchen Schicksalsschlägen, in Anführungsstrichen, weil man, es ist halt auch nur Sport und so, aber zuzukämpfen hast, keine Ahnung. Naja, für den ist das sein Leben. Also das nicht nur Sport. So eine Karriere. Aber er hat noch, der hat noch gar nicht gespielt in Schalke, oder? Im Trainingsspiel, glaube ich. Ach so. Ja, im Testspiel hat er, gleich einen Tag nachdem er da war, hat er im Testspiel gespielt und glaube gleich mal ein Tor verschuldet. Aber jetzt in der Bundesliga hat er gar nicht gespielt. Ja, der Idealfall ist, was der Felix gesagt hat, aber ich kann irgendwie auch nicht mehr dran glauben. Bevor wir jetzt hier so weiter rumdödeln, Leute, kurzer Vergleich noch zwischen dem ersten Jahr unter Pep und dem ersten Jahr unter Ancelotti, die erste Saison, die Hinrunde jetzt nur, ich frage euch mal, ich frage euch mal ab, glaubt ihr, hatten wir in der ersten Saison von Pep mehr oder weniger Punkte als jetzt die erste Hinrunde unter Ancelotti? Mehr. Haben wir mehr Tore geschossen oder weniger? Mehr. Haben wir weniger Tore kassiert oder mehr? Hm. Puh. Mehr. Mehr. Alles falsch. Nein. Wir haben wesentlich mehr Punkte geholt, wir haben mehr Tore geschossen und weniger Tore kassiert. Okay, nur weniger Tore kassiert, okay. Also wir haben in der ersten Saison von Pep hatten wir zum gleichen Zeitpunkt 50 Punkte, eine Tordifferenz von 37, 46 geschossen, 9 kassiert und jetzt die Hinrunde unter Ancelotti, 45 Punkte, Tordifferenz von 31, 42 geschossen und 11 kassiert. Wobei. Also alles schlechter unter Ancelotti. Alles schlechter unter Ancelotti, wobei man halt, ich wollte ich auch gerade sagen, ist jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben schlecht, ist davon natürlich rein gar nichts, weil wir sind einfach Erster und so, aber ja, als Pep-Fanboy wollte ich nur nochmal darauf hinweisen, dass nichts besser ist unter ihm, nicht mal die Abwehr, okay. Sprechen wir uns nochmal am Ende der Saison. Der arme Pep ist ja auch nicht so glücklich in Manchester. Wollt ihr fragen, wie ist denn da seine Vergleichsstatistik? Die ist nicht so gut. Also der scheint jetzt so langsam zu merken, so oh fuck, ich bin nicht bei Bayern, ich bin bei Manchester und ich fand es ja total skurril. Ich kann mir, habt ihr jetzt mitgekriegt, dass der anscheinend, zumindest hat der Raimund Hinko das gesagt, ihn angerufen hat? Wer hat wen angerufen? Pep Guardiola hat Raimund Hinko von der Sportbild angerufen und hat mit ihm, hast du es nicht mitgekriegt? Nö, ich habe es nicht mitgekriegt. Okay, total witzig, weil der hat, ich war wirklich total verwirrt, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das finde. Ich kann es fast gar nicht glauben, auf jeden Fall war es wohl so, dass er wieder zurück zu Bayern will. Ach ja, hier genau. Egal, ich erzähle es jetzt kurz nach. Der hat ja seine Kolumne Meine Bayern und auf jeden Fall hat Pep Guardiola ihn wohl angerufen und hat sich nochmal bedankt und so für die Zusammenarbeit, was ich schon total komisch finde, dass Pep Guardiola das bei irgendeinem Journalisten so macht. Er hat ja mit niemandem zusammengearbeitet. Genau. Und was dann noch für Infos in diesem Artikel standen, unter anderem, dass er noch eine Wohnung in München hat, dass er total stolz ist auf die Bayern und dass er den FC Bayern vermisst. Und ich war total verwirrt irgendwie davon. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, aber es war total interessant irgendwie. Ja, gehört oder gelesen habe ich das schon, aber dass Pep da angerufen hat, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, jetzt in England hat er es halt auch schwer, weil seinen Fußball kommt er überhaupt nicht an. Ah ja, genau. Ja, erzähl weiter. Er wird von den Fans und von den Medien nur noch fertig gemacht. Ich habe es mir auch ein paar Mal jetzt angeschaut in der Winterpause. Ja, es hat mir eigentlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Das war so ein Spiel, wo sie 4-0 verloren haben, noch gegen Everton. Oh ja, das war übel. Das war richtig übel. Ja, irgendwie will er jetzt wohl zurück zu Bayern kommen. Hat mir wohl doch ganz gut gefallen. Das habe ich mal früher überlegt. Ja, es tut mir leid, sagte Pep, dass ich mit dir am Ende keinen Kaffee getrunken habe, nachdem ich dich eingeladen hatte. Wir holen das nach. Dann erzählte er, wie wohl er sich im Schumanns gefühlt hatte, bei Charles, dem legendären Barmixer, und in seiner Münchner Wohnung, die er behalten hat. Hast du also doch Heimweh nach München? Fragte er. Er verneinte und versicherte, ich schaffe das. Es würde zwar länger dauern bei Manchester City, aber es wäre machbar. Und dann ... Wie war das? Oh Gott, oh Gott. Hier, ich bin stolz drauf, was die Jungs leisten und was weiß ich. Aber es war total lustig. Ich habe sehr gelacht. Aber auch die Infos, Wohnungen in München, vielleicht ist ein Comeback möglich. Aber jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt ist die Kinder in den Brunnen gefallen. Da geht nichts mehr. Muss doch jetzt Nagelsmann kommen nach Ancelotti. Wieso geht das nichts mehr, wenn der Ancelotti jetzt versagt und Peppelin ... Ach, was heißt denn Versagen? Versagen tut er auch nicht. Also wenn deine Prophezeiung hier im Achtelfinale der Champions League rausfliegen, also ... Ja, der wird ja trotzdem noch fliegen bei uns. Dann wäre man halt Meister und ... Ja, das war es wahrscheinlich. Pokalsieger. Vielleicht noch, ja. Müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich bin auch echt überrascht, wie schwer sich Thomas Tuchel tut bei Dortmund. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil er schafft es irgendwie nicht, den Alltag mitzunehmen. Irgendwie so. Der glänzt oft in den wichtigen Spielen, so finde ich, oder in den großen Spielen und macht auch viele Dinge total gut, aber er kriegt es noch nicht so hin, die Rotation und den Alltag. Und er eckt auch irgendwie in Dortmund ziemlich an. Hat mich sehr überrascht. Ja, aber es ist halt schon auch nicht leicht. Da sind wichtige Spieler gegangen und da hat nur 17-Jährige nachbekommen. Die können auch nicht jedes Mal top-konzentriert da eine Leistung abrufen. Ja, dann kriegt er die nächsten 17-Jährigen gleich wieder hinterhergeworfen. Ja, und was dann halt auch noch dazu kommt, was wir schon in der Hinrunde gesagt haben, dass er zu viel rotiert oder rotieren muss, finde ich. Also ich bin da jetzt auch nicht so drin, ob da dauernd die Hälfte verletzt ist, dass er so viel wechseln muss oder was da das Problem ist. In der Innenverteidigung ist es, glaube ich, so. Aber da ist ja jedes Mal die halbe Mannschaft ausgewechselt. Und dann sind die noch alle so jung. Das stimmt. Was auch krass ist, wie seht ihr denn das ganze Thema Götze irgendwie? Boah, das ist voll krass für mich. Ja, total. Ich hatte eigentlich schon gedacht oder auch für ihn gehofft, ganz ehrlich, dass er da einen neuen Anschluss findet und es für ihn wieder bergauf geht. Ich hätte nie erwartet, dass es einfach genauso weitergeht, wie es bei uns aufgehört hat. Voll schlimm. Mir tut es leid. Ja, ist schon krass. Hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Weil gerade auch letzte Woche oder beim RMS hier am 17. Spieltag, da waren ja zig Spieler nicht im Kader und er saß trotzdem nur auf der Bank und wurde nicht mehr eingewechselt. Jetzt die Woche wurde er, glaube ich, eingewechselt zumindest. Aber ja, da hat man natürlich damit gerechnet, dass der da irgendwie der Dreh- und Angelpunkt auf der 10er-Position wird. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wo dran es liegt. Bin ich zu weit weg. Ich muss auch echt sagen, er hat jetzt auch in meinem Interview gesagt, lasst mich halt einfach mal in Ruhe. Ich kann ihn da schon echt verstehen. Das ist schon irgendwie, der wird einfach anders behandelt als andere. Ja, man erwartet halt viel mehr von ihm. Aber ich meine, bei Schürrle war es eigentlich ähnlich in der Hinrunde, aber der hat sich irgendwie gefangen. Ja, der Götze braucht einfach ein komplett neues Image. Der muss da weg von dem ganzen... Ja, hat er ja aber schon ein bisschen, hat er halt mit dem ganzen Markenquatsch aufgehört. Oder halt auch mal wieder die Leistung einfach bringen, oder? Das ist ja nicht nur so, dass er jetzt nur ein schlechtes Image hätte, aber gut spielte. Ja. Ja. Das fällt irgendwie schwer. Okay, Jungs. Habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Müssen wir noch über irgendwas reden, bevor wir jetzt am Ende noch irgendwie rumdödeln? Hätte ich gesagt, ich schenke mir noch einen Whisky ein, und wir machen das fast zu. Wir schließen die Nummer ab. Ja. Ich denke, wir haben alles das Wichtige besprochen, was wir besprechen konnten. Das ist fast ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, wir werden keine Vorschau machen, Leute. Außer, dass wir uns das nächste Mal hören, dass wir gegen Arsenal rausgeflogen sind, ist eigentlich nichts sicher. Ich würde mir auch wünschen, dass Mario Gomez gegen uns so einen Headtrick schießt. Mit Wolfsburg. Wir im Pokal auch noch rausfliegen. Es muss einfach brennen. Zeit für Erneuerung. Neues Logo, neue CI für uns. Yeah. Was soll ich jetzt sagen? Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das wird die, Time will tell. Folgt uns auf Facebook, auf Twitter. Wir haben ja so ein paar Spender bei Patreon. Ich würde das Geld langsam zurückziehen. Aber die 16 Euro, die 16 Dollar im Monat wahrscheinlich, können wir das auch verkraften. Ja, schickt uns Liebe. Vielleicht überlegen wir uns das dann nochmal anders. Und vergesst nicht unser Gewinnspiel. Hier, Kennwort Thomas Müller am Podcast at erfolgsfans.com mit der genialen Frage, welche Rückennummer trägt Thomas Müller beim FC Bayern? Yeah. Ja, Jungs. Macht auch weiter beim Tippspiel. Also das werden wir auf jeden Fall einlösen und so. Ja, wir werden schon noch ein paar Podcasts machen. Aber es ist halt einfach, alleine den Druck zu haben, dass wir jetzt irgendwie einen Termin zum Podcasten finden müssen, war einfach jetzt schon immer irgendwie krass. So, dass man, ja. Ich weiß nicht. Oh, ich möchte gar nicht aufhören. Vielleicht die letzten Sätze, die dieser Podcast je verbreitet hat. Nein, niemals. Wir gehen einfach ins Stadion, dann machen wir auf jeden Fall auch eine Stadionfolge und schauen einfach mal weiter. Ja, jetzt schauen wir mal. We will be back. Vielleicht wenn jetzt die großen Spiele kommen gegen Arsenal und dann weiter, dann entfacht das Feuer vielleicht neu. Um was es uns halt ging, wir wollten euch halt einfach nicht im Unklaren lassen, warum wir jetzt nichts enden. Und das haben wir jetzt, glaube ich, mal dargelegt. Das werden einige Leute verstehen, andere nicht verstehen, aber wir haben es einfach mal erzählt. so ehrlich, wie wir können. Dann wird es einfach so kommen, dass dann der Ancelotti geht und dann kommt der Pep zurück und dann ist der Ruben eh wieder voll an Bord. Ist wieder alles gut. Dann werden die Kinder dann älter und dann wird man wieder langweiliger. Uli geht in Rente. Vielleicht kommt auch das nächste krasse Bayern-Projekt. Wer weiß ich. Auch da habe ich ja noch gar nicht drüber erzählt. Das wollte ich ja auch noch alles erzählen. Burschenschaften haben uns angeschrieben, haben gefragt, ob die mit uns das Lied aufnehmen dürfen, weil sie teilweise die Originale kennen, auf denen die basieren. Es hat sich ein Mann gemeldet, der ja schon irgendwie 78 ist, der unter Siegfried Herrmann trainiert hat und der das Lied noch gehört hat, sagt er. Mit dem könnten wir ein Interview machen. Günter Koch liebkost uns und schickt uns dauernd E-Mails. Unter anderem hat er uns hier eine riesige Packung Nürnberger Lebkuchen. Hier geschickt mit so einer schönen Metallpackung mit tausend leckeren Sachen drin, die wir dann zusammen essen müssen. Schwarze Elise, Schnitten, Spekulatius, feinste Nürnberger Elisenschnitten und was weiß ich. Die habe ich hier noch da. Ganz viel Liebe haben wir bekommen von ganz vielen Leuten, die sich gefreut haben über unsere Sachen, über die Meisterschaft 1932. Der Kicker hat irgendwie unser Video genommen und bei sich im YouTube-Kanal hochgeladen. Lauter abstruse Dinge sind passiert mit unseren Inhalten. Es ist lustig und vielen Dank für alle, die sich gemeldet haben. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, Autoren haben sich gemeldet, die Bücher schreiben wollen über Sachen, die uns betreffen. Wir sind einfach gespannt, was da kommt und bedanken uns für euer Ohr. Und Jungs, mit euch macht es mir immer einen Riesenspaß. Ich sage es mal so, an euch liegt es nicht. Also es könnte mehr kommen von euch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ihr seid nicht primär schuld. Danke, danke, danke sehr. Ja, Jungs, haut es rein. Bis bald. Ciao. Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, was wird das nur sein? Okay, ciao. Man weiß es nicht. Nee.